so hallo und das ist willkommen auf dem kanal sachen power am start ja freunde freunde des guten geschmacks lego star wars dks die komplette saga video nummer 59 eine weitere kopfgeldmission und zwar kopfgeldmission nummer 8 genau rebellensoldat ja meine freundinnen dann gleich mal vorweg würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr mich mit kostenlosen abo unterstützen wollt dann einfach den abo knopf betätigen schon seit er in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt ist ja ganz genau das ansprache ist am start ansprachen wie durchgeladen sachen power ist lost im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollt dann einfach auf www.twitch.tv xsgdxpower oder den link in der videobeschreibung nutzen und wenn jemand ein kleines drin gelder lassen möchte dann auf www.paypal.me xsgdxpower oder auch da den link in der videobeschreibung nutzen ja meine freunde ja ich habe wieder mal ein paar tage pause gemacht ich weiß ich muss es noch zum abschluss bringen ich weiß ich muss ein anderes spiel auch noch zum abschluss bringen das weiß ich auch ja meine freunde ein anderes spiel noch anfangen und zum abschluss bringen bevor lego star wars die skyborgers hacker kommt aber das kriegen wir alle sind ja meine freunde wir machen weiter mission nummer 8 rebellensoldat der abscheuliche verbrecher hat will wichtige persönlichkeiten der rebellenallianz entführen und ein lösegeld fordern andernfalls wird er drohen sie dem imperium zu übergeben auf ihre jagd nach kopf geld kennen die gierigen söldner keine grenzen auf dem planeten kashik verfolgen sie sogar einen einsamen rebellensoldaten der weit weg von zu hause ist hoch ja gut weit weg von daheim ich habe aber traurig und drück mal auf start wir haben so gut dann müssen wir den fuzi zu holen ist okay Prozent 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 dann ist er ja nicht und die macht und die macht haben ja auch nicht so muss irgendwo sein hier ist er nicht ich habe gesehen ich habe ihn gesehen ich weiß wie ihn gesehen aber ich habe ihn gesehen das heißt ich nehme es ein schwebebeu hier da oben ist da hinten oben aber ihr könnt es ja nicht sehen da drüben ist er hab dich mein freund habt ihr ja und dann ist das video natürlich auch schon wieder zu ende ja meine freunde wir müssen uns beeilen das spiel auf jeden fall abzuschließen liegen noch 59 steine vor uns meine freunde müssen wir auch hinkriegen gehen wir zurück in die kandina wir haben es geschafft wir haben den fußig geschnappt liegen noch zwölf kopfgeräte missionen vor uns kriegen wir auch hin genau so einfach ist es ja meine freunde dann sind wir wieder am ende des videos angelangt ja wenn euch das video gefallen hat auf jeden fall meine freunde daumen nach oben da lassen und wenn ihr mich mit dem kostenlosen ab unterstützen wollt dann einfach den ab und noch betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und jetzt bei klingeln wissen dass er schon bei unserem start zu bauen video geladen sergeant power ist lost im game ja meine freunde und wenn ihr mal im live film dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv slash xstgdxpower oder die link in der video beschreibung nutzen und wenn jemand ein trinkgeld da lassen möchte dann auf www.paypal.me slash xstgdxpower oder auch da den link in der video beschreibung nutzen ja meine freunde das war's ja wieder für heute ich habe leider ich habe jetzt nichts mehr zu sagen mir fällt auch nichts mehr ein außer lasst euch nicht ärger nicht von den manzen beißen wenn ihr schlafen geht lasst die hinterher wird er gespielt nicht an euch selbst rum lasst euren partnerin machen alles andere ekelhaft ich bin raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten lesson wieder macht's gut und bis dann ciao